Na gut, dann schauen wir uns da mal ein bisschen genauer um. Also es sieht so aus, wenn man da irgendwie oben rauf könnte, aber erst mal müssen wir wohl hier rein, zücken wir schon mal unser Schwert, weil hier waren ja doch recht viele Habien, wer weiß, was hier noch so ist. Oh genau, noch mehr Habien. Aber nur eine. Ah ne, da ist noch eine. Hier scheinen noch ein paar mehr zu sein. Oh, ja ohne ganze Menge mehr. Aber hier können sie wenigstens nicht so gut ausweichen. Ach, müssen sie aber anscheinend auch gar nicht. Solange es nur noch davon sind. Garstige Weiber da. So, Heiltrank. Ah, allzu viele haben wir davon auch nicht mehr. Also klar, wir haben noch ein paar, aber die sind recht teuer. Oh, hier geht schon mal hoch. Aber erst mal machen wir hier unten alles frei, damit wir auch schnell wieder rauskommen. Wo fliegst du hin? Die ist jetzt abgehauen. Ah, ist ja auch komisch. Aber die scheint wieder hochzufliegen. Willst du Verstärkung holen? Na, wo bist du abgeblieben? Die ist eben noch den Berg wieder hochgeflogen. Hm, na gut. Müssen wir im Kopf behalten. Irgendwo hier draußen schwirrt noch eine rum. Aber eine hab ich alleine. Ist ja nicht wirklich eine Bedrohung. So, also rechts waren wir eben gerade. Gucken wir jetzt mal links rum. Hier ist so weit nichts. Außer zwei Flaschen Bier und ein paar alte Waffen. Hm, war wohl mal so eine Art Rüstkammer. Auch wenn die Waffen nicht wirklich beeindruckend sind. Hier im Regal vielleicht noch was? Nee. Na gut, schwirrt wieder raus und in den nächsten Raum. Oh, da sind wieder Harpien. Aber nur zwei. Aber irgendwas ist hier noch und macht Geräusche. Setze ich ein bisschen nach Skeletten an. Trinken wir nochmal einen Heiltrank. Fleisch haben wir leider keins mehr. Na gut, dann Heiltkräuter. So, was haben wir hier? Machen wir ein bisschen Licht. Wenn wir denn noch eine Fackel über haben. Ja, zwei Fackeln sogar. Wir haben zwei Bücher. Wir haben einen Schalter, einen Kessel und eine Truhe. Truhe klingt doch gut. Ein alter Truhenschlüssel. Fackel ist immer gut. Bier und ein Dietrich. Der Truhenschlüssel wird wohl das Wichtigste hier. Oh, wo kommst du denn her? Ja, haben wir also richtig gehört. Hier sind Skelette. Aber wir haben noch alle Gänge abge... Oh, da ist noch eins. Kommt durch das Bücherregal da hinten. Ist ja auch nicht schlecht. Das wird wohl so eine Art Geheingang sein. Aber dafür ist bestimmt der Schalter hier in der Wand. Gut, also wo ein paar Skelette sind, können ein paar mehr sein. Schaut aber nicht so aus. Hm, na gut, schneiden wir unsere Fackel. Und gucken uns da drin mal um. Vielleicht können wir da ja gleich die Schlüssel gebrauchen. Was ja recht praktisch wäre. So, Truhen haben wir ja schon mal zwei. Und Heiltrank, den nehmen wir gleich mit. Die Mana-Tränke auch, die können wir immer noch verkaufen. Alchemiezubehör, aber nichts Brauchbares. Da hinten in der Ecke auch. Also wohl nur die zwei Kisten hier. Ganz viele Mana-Tränke. Und hier drin dann hoffentlich ganz viele Heiltränke. Ja, schön, schön. Aber wir brauchen den Schlüssel hier nicht. Das heißt, irgendwo ist noch eine richtig abgeschlossene Truhe. Und die müssen wir finden. Wahrscheinlich dann oben. Weil hier unten müssten wir jetzt überall gewesen sein. Gucken wir nochmal hier lang. Ja, hier ist der Raum, wo es nach oben ging. Gut, also hoch. Schauen wir, was uns da erwartet. Bisher ist das ja alles relativ machbar. Und uns greift nichts an. Das ist schon mal gut. Hier geht es noch weiter hoch. Aber wir sollten eine Etage nach der anderen freiräumen. Keine Harpien. Und eine Truhe. Ein Rezept. Und wir hören eine Harpie. Das ist bestimmt die eine, die vorhin geflohen ist. Oh, da sind zwei. Na, kommt da eine Freundin auch noch runter? Ne, die bleibt da oben und guckt zu. Hm. Ah, oh, da sind noch ein paar mehr. Drei Stück. Da ist auch alles machbar. Ist nur trotzdem ärgerlich, wenn sie einen so hinterhältig überfallen. Also, fackel mit. Und hier hatte ich gerade noch was gesehen. Genau, da hinten ist nämlich schon wieder so eine Plattform. Und da leuchtet etwas blau. Das könnte noch ein Fokusstein sein. Das wäre natürlich sehr praktisch. Das wäre ein Fokusstein Nummer drei. Aber gut. Erstmal gucken wir uns hier zu Ende um. Und dann gehen wir eine Etage höher und entledigen uns dieser... Aha, genau. Harpien da oben. Oh. Oder hier unten. Die haben uns verfolgt. Genau das meine ich. Immer im fiesesten Moment tauchen die plötzlich auf. Ah, das ist zu eng hier. Nein, 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 nein. Lass uns durch, du garstiges Biest. Weg, 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 weg. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Ja, das waren dann doch eigentlich nicht zu viele. Komm, spring und irgendwo in Sicherheit bringen und schnell Heiltränke trinken. So hören tun wir schon mal keine mehr. Also schnell Trank, schnell Trank. Guten Trank. Ah, da waren drei oder vier in dem Raum und dann noch die zwei oder drei, die wir oben gesehen haben. Aber gut, eine haben wir, glaube ich, erwischt. Schauen wir mal, ob ein paar runtergekommen sind. Ja, sieht nicht so aus. Du wartest da oben, ja? Hier beiden. Hm, sobald wir hochgehen, werden die uns runterprügeln. Aber es gab keinen anderen Zugang, oder? Schauen wir mal kurz. Ah. Gut, noch eine weniger. Können wir vielleicht noch ein paar so runterlocken? Das wäre schon praktisch. Genau, komm mal her. So, da oben ist immer noch eine. Boah, sind das viele Harpien hier. Aber so hören tun wir keine mehr. Die da oben ist wohl zu weit weg. Na gut. Schauen wir noch mal, ob die beiden immer noch direkt vor der Leiter stehen. Wenn ja, müssen wir es halt einfach mal probieren. Hm. Na gut, speichern wir aber kurz ab. Nur so für den Fall, dass die Leiter nicht mitmachen. Beziehungsweise wir gleich runtergeschopst werden. Warum könnt ihr nicht einfach runterfliegen? So, schweb raus. Ja, das ist doch schon wesentlich übersichtlicher. Im Gegensatz zu den fünf, oder was wir vorher waren. So, jetzt nur noch du. Komm runter von deinem hohen Ross. Mann, Mann, Mann und dieses Gekreisch hier immer. Nächster Trank und noch ein Trank. So, und gleich die nächste Fackel raus. Hulaloo. Ich kann kurz durchatmen und jetzt gucken wir uns mal das Pergament an, das wir gefunden haben. Urkunde. Mien und allen dort befindlichen Minen aufgegeben und verkauft habe um 400 Pfund Gold. Ha. Na gut. Also, da draußen waren wir. Wir hören wieder eine Havier. Hm. Na gut, die muss wohl im anderen Raum sein. Gucken wir mal kurz, ob das vielleicht die Truhe ist, die wir suchen. Nee, die gehen einfach so auf. Aber 200 Erzbrocken sind nicht zu verachten. Schauen wir mal in den anderen Raum. Also, da geht's nicht lang. Links rum. Und... Hm. Oh. Ja, hier ist noch einer. So, das war wohl mal so eine Art Küche. Aber hier gibt's nichts zu holen. Gut, gut. Also, auf ins nächste Stockwerk. Und da dürfte nur noch die eine Havier sein, die wir von unten gesehen haben. Also, das hoffen wir zumindest. Ja, vielleicht gibt's hier noch den Herrn des Hauses. Genau das meinte ich mit den Leitern. Wir haben schon wieder so ein morsches Ding gefunden. Wie damals in der alten Mine. Ja. Fackel weg. Probieren wir's mal ohne Fackel in der Hand. Schön, vorsichtig, Schritt für Schritt und oben festhalten. Nein, nein. Ach. Okay, jetzt haben wir kein Licht mehr. Haben wir noch eine Fackel? Ja. Die letzte Fackel. Und es geht noch weiter hoch. Das ist ein ganz schön hoher Turm. Oh. Und da sind noch mehr Harpien. Aber nur zwei. Drei. Ist das denn die, die wir von unten gesehen haben? Oder ist das noch ein Stoffwerk höher gewesen? Na, das könnte noch ein Stoffwerk höher gewesen sein. Und wo kommen wir jetzt... Oh. Wo kommen wir jetzt zu dem... Stein? Hm. Na gut. Erstmal wieder ein Heiltrank. Wir sollten hier nicht so verletzt rumlaufen. Das tut uns gar nicht gut. Fackel in die Hand. Und zur nächsten Morschenleiter. Die wäre dann hier. Dann müssten wir auch langsam auf dem Dach ankommen. Ein bisschen zugewachsen sieht das hier schon aus. So moosartig. Also könnte es gut ganz oben sein. Ja. Und... Bist du die Truhe welche, die wir suchen? Nee, heute können wir knacken. Also wir hatten bisher links, links. Nochmal links? Nee. Links, links, rechts, rechts. Rechts. Links, links. Siegbringer. Hm. Ein paar alte Münzen, die wir schon mal gefunden hatten, die aber nichts wert sind. Und Tränke. So, schauen wir uns die Siegbringer mal an. Aber die schien nicht wirklich besser zu sein als... Nee. Die ist nicht besser als unser Breitschwert. Schade. Ah, war na gut. Also, runter. Aber wenn wir jetzt im ganzen Turm gewesen sind und wir hier eine Schlüssel nicht benutzen können, wofür ist der dann? Hm. Na gut, gehen wir erstmal wieder ganz runter und versuchen uns dann irgendwie zu der Plattform mit dem Fokustein durchzuschlagen. So, obwohl ganz runter vielleicht nicht. Schauen wir mal kurz hier. Weil von hier aus hatten wir das Ding ja gesehen. Genau da drüben. Und nochmal kurz speichern. LP. 44.